Meine lieben Freunde, was geht ab euch? Habt ihr ein schönes Wochenende gehabt? Wenn nein, dann hoffentlich nach diesem Video. Wir schnacken nicht lange rum und ab mit dem Video. Here we go! Der liebe Senator, Senadius Gaticius. Keine Ahnung, wer das ist, aber ich meine, Senat Kaji hat sich mega lustig gemacht über Senanji in einer Instagram-Story. Wir schauen uns mal kurz diese Instagram-Story an und bilden uns danach unsere Meinung. Alles klar, Senat! Ihr müsst euch ja vorstellen, der liebe Senat ist ja eigentlich gut befreundet mit dem Senanji. Mittlerweile, und ich bin jetzt sehr gespannt, das ist jetzt gerade wirklich reine Neugier, folgten Senat Kaji und Senanji sich gegenseitig auf Instagram. Ich glaube nach dem ganzen Vorfall nicht mehr. Sie folgen sich noch. Hätte ich mir ehrlich gesagt nicht gedacht nach der Story von ihm. Aber Freunde, alles mit Humor nehmen. Senat Kaji wollte, ja, ein bisschen witzig sein. Ich muss dazu sagen, ist voll mein Humor. Ich hoffe, dass Senanji auch das mit Humor nimmt. Ja, es gehört dazu. Wenn halt sowas offengelegt wird und in die Öffentlichkeit gesetzt wird, muss man damit rechnen, dass sowas passiert, Freunde. Was jetzt hier dazu, meine Freunde, fertig, die Aktion von Senat Kaji, dann liked das Video und abonniert den Kanal. Wenn ihr keine weiteren News verpassen wollt, ihr wisst, was zu tun ist. Danke fürs Zusehen. Peace. Danke. 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 Danke.